Und willkommen zurück zu Life is Strange. Wir hatten ja die erste Episode beendet und wir machen jetzt mit der zweiten weiter. Das hat ja geendet, dass... Lass mich jetzt keine Scheiße erzählen. Dass wir weiter auf der Flucht waren. Und jetzt unser kleiner Bruder auch weiß, dass unser Vater tot ist. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und der Ladebildschirm braucht ein bisschen. Jan. Die Wölff-Brothers begann die Wölff-Brother für die Tage und Nights, lernen, wie zu leben leben. Für die erste Mal. Sie lebten in den Backwoods, gegen creepy creatures, und gar nichts zu essen. Sie haben dann eine ordentliche Orchard, und konnten in Frieden essen essen. Aber sie wussten nicht. Nein. Die Wölff-Brothers versuchten, aber die Wölff-Brothers verabschieden, mit der Hilfe von einem freundlichen Beeren. Er zeigte ihnen, wie zu überleben, und sie holte sie ein warmes Camp für die Nacht. Das ist, wenn die Wölff-Brother herausgefunden hat, dass die Wölff-Brother nicht ein Wölff-Brother war, sondern ein Super-Wölff. Das ist, wie sie sich selbst noch weiterentwickelt haben, und sie sind noch weiterentwickelt. Und sie sind noch weiterentwickelt. Oh, wie süß. Jetzt auch mal ne schöne, äh, Geschichte, wie die vorher erzählt, das, ne? Äh... Ah, okay. Ich glaub, in dem, äh, Dings kommt mit diesem, aus dem Captain-Throughbit-Dings der Junge vor. Aber es ist schön, dass man so die Vorgeschichte erzählt, ne? An unsere Großeltern. 1. Dezember 2016. 1. Dezember 2016. Oh, der Hund! Und... Das ist zu einfach. Schau. Keine Ahnung. Es war zu schwer für dich ein paar Tage. Wir versuchen etwas anderes zu ziehen. Nicht zu schwer, aber ich bin ein bisschen Müll. Ich finde es auch schön, dass er den mitgenommen hat. Okay. Lass uns das mal gucken, was wäre alles so hoch wie könnten. Den großen Stein. Aber ich denke mal, das wäre zu schwer. Das ist ja noch ein größerer. Hier ist ein kleinerer Stein. Ich denke mal der kleinere Stein. Gucken wir erstmal in die andere Richtung. Achso, das sind Dosen. Dann nehmen wir die Dosen, würde ich sagen. Dann nehmen wir die Dosen. Dosen. Ich werde dir ein bisschen wassitzen. Ich würde sagen, erst mal den kleineren Stein da vorne, der da. Ja, da ist noch ein Stein da hinten. Wird der uns denn angezeigt? Da, da war es, wartet. Okay. Übung macht der Meister, ne? Ähm. Achso. Achso, wir sind zu weit gelaufen. Hm. Ich kann es mit den kleinen Rutsen, aber nicht mit den großen Rutsen. Ich kann das machen. Du kannst das machen. Ich glaube mir. Ich glaube, einfach... relax. Fokus. Ich versuche. Untertitelung. BR 2018 Oh, das ist so cool, das ist so cool. Oh, das ist so cool. See if you can stop this in the air. Cool. Okay. But you better not hit me. Right that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me. Okay. Right? Try it. Komm, den Hund werfen? Ach, ich hab... Nein. Nein. Okay. Ich sollte ja nicht auf ihn werfen, ne? Okay, werfen wir mal in diese Richtung. Ja, es klappt. Just... Look, look what I can do, Sean. I knew that you could. I've taught you well. But you... You're a master student. Hey. That still sounds nasty. You're not getting better. Okay, dann ruhen wir. Wollen wir uns so irgendwo aus? Ich denke, wir haben irgendwo ein Lager aufgebaut. Was ist das denn? Ich bin gut. Wir haben nur... Hier geht's. The Heli-Tanker is over the Wildfire Zone. Get ready for water at Stratch and Ranger DS! Gute Arbeit, ja. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Ach, wir haben hier ein Haus? Schau uns ein bisschen um. Der kann da nicht schneller laufen. Ein Kajak. Kaju. Oder? Ah, genau. Wir haben den Rucksack hier. Ah, wir haben eine neue Sache. Und zwar... Das Saschenmesser. Die Klinge muss geschärft werden, aber es ist trotzdem ein nützliches Werkzeug. Okay, wir haben Zapfen. Ah, das ist der Rucksack vom Jungen. Vom Bruder. Okay. Das sind wohl... Also die Erzählungen, wo die noch unterwegs waren. Okay. Ja, ich finde wir diesmal alle. Ich hab ja letztendlich andere nicht alle gefunden. Ja, wir dürfen uns aber wohl noch umsehen, oder? Ja? Was ist das? Ich würde mal ganz kurz am Kopf kratzen. Ist hier was? Da ist was, okay. Und das ist auch noch was. Ah, wir können auch Holz hacken. Okay, ja, ja, wir gehen jetzt hier rein. Lass mich erst mal alles angucken. Ah, wir können hinsetzen. Das ist doch immer schön. Erst mal ausruhen. Okay, hier war noch was, habe ich gesehen? Ein Blumentopf. Ja, war da noch was? Ich wollte gerade sagen. Ah, der Hund. Kalt. Uh, ich bin okay. Just cold. Level up. Oh, ich bin okay. Das war so cool. Es wird leichter jeden Tag. Oh, nein, Sean. Das ist ein Haunted Haus. More like, uh-oh. Es ist Zeit, um die Regeln zu machen. Ich habe dir gesagt, um zu zeigen. Ich war einfach... Ich war einfach... Dude, ich weiß die Regeln. Let's find out. Was ist der erste? Was ist der erste? Hide your power. Wenn du eine Pfanne in einem Diner spielst, was passiert? People will freak out. Und wenn die Leute freak, was sie machen? Sie kregen die Tops. Oh, das ist der zweite Regeln. Die zweite Regeln ist... Don't, uh... Never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Weil das meistens die größte Regeln für dich. Shut up. Und die letzte Regeln? Ich weiß... Komm, du kannst es tun. Okay. Um... Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? Uh... I don't know. I mean... With my power, I can help us. Nur als letzterer Ausweg? Nein, es ist gefährlich. Ich würde sagen, als letzter Ausweg, ne? Only as a total last resort. How will I know that? Uh, if there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Daniel, you didn't even know that shit was out of your control. But... Look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or... Something. Hey. We have no clue what happened. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. And let's grow back. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Okay. Wir schauen uns erstmal um. So irgendwie traurig, ne? Dass er sich jetzt Vorwürfe macht, ne? Hätte sich vielleicht sein Vater retten können. Ich glaub zwar auch nicht, ne? Er hätte wahrscheinlich alle in Gefahr gebracht als... Was, ne? The guy who came here sure had time to kill. Hm. Das ist die Tat, haben die Fortschritte drauf geschrieben. He's definitely a fast learner. Hier, äh... Erste Stunde. Fliegende Flaschen, Zweige und Blätter, kleine Steine, große Steine, Schneebälle. Das ist ne Postkarte. Hallo Papa. Sag allen zu deinem kleinen... Sag hallo zu deinem kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Schöpfe zu sehen. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes mit Sicht auf dem Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, dass ich weiß, dass John ein Schloss in den Alpen ist. Also hab ich kein schlechtes Gewissen. Ähm, außerdem gefällt es mir hier sehr. Ja, echt toll, das neue Jahrtausend auf diese Weise zu... Neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Ähm, ich vermisse die Urlaube in unserer gemeinsamen Hütte, aber nicht die Waschbären in mein Zimmer. Hoffe, kannst du uns bald besuchen. Hm. Lieb euch alle, Maggie. Was ist hier da? Papa und Maggie und John. Hm, da soll ich auf jeden Fall essen. Auffüllen. Hey, Schroom. Bist du zuerst? Hm. Haha. Good girl. Voll süß. Wir haben da noch was anderes. Okay, nö. Irgendwie nicht. Das Spiel lügt. Ähm, ein Feuer im... Achso, Feuer. Aber dann machen wir es gleich. Wir gucken erstmal alles an. Okay, vom Feuer bleiben wir noch ein bisschen fern, damit wir alles angucken können. Was ist das ever? Ah, da ist auch noch was in der Ecke. Achso, jetzt zeigt er mir wieder die Tasche. Ich geh mal hier in die Ecke. Ach, wie süß. Ein Comic. Ach, die Tasche von dem Bruder. Oh, was haben wir denn da? War hier auch noch was gewesen? Ne, die hatten wir. Okay. Das ist das Badezimmer, wie es aussieht. Hallo, Motel-Room-Soap. Die haben die meisten mit die Sachen ab, wo man das nicht darf. Einmal. Oh, da machen die, ähm... Ja, Sachen rein. Die haben sie auch schon aufgehängt, dass sie in die Toilette nicht groß machen dürfen. Was sei denn? Zufügen? Hey, ich halte nicht begeistert von zu sein, der Bruder. Oh, okay. 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 Da ist ein Poster. Äh, Zeitung? Mehrere Sachen, okay. Ja. Daniel doesn't need to see this. Äh, sehr geehrter Patrick Hill. Dies ist eine Erinnerung an Ihren geplanten... Ähm... Patientenzentrum am 8. Bitte lesen Sie... Böp, 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 böp. Ein Buch? Oh. Nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Ein Radio? Oh, okay. Buntstifte? Noch ein Brief. Achso, das ist der von... Von... Wie hieß der? Booty oder sowas? Oder Zeitung? Nein, das ist doch dieser, der uns, ähm... Hier gefangen genommen hat. Ähm... Örtlicher Held... Äh... Wert Raubüberfall von flüchtigen Angreifern. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Zilettl, die, das habe ich ausgesprallt, also ich brauche, ist egal, äh, durchgeführt wurde. Die für den Tod eines Polizeioffissers in Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stepper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Schütze der... Schütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontiert die Brüder, ähm... Nachdem sie angeblich Gegenstände aus seinen Laden geschollen haben. Das stimmt nicht mal. Das stimmt nicht. Wir hatten alles bezahlt. Okay, am Ende hatten wir natürlich die Campingausrüstung geklaut, aber... Das hat er auch verdient gehabt. Ähm, sagt der Polizei, dass die Brüder in die Wildnis entkamen. Ja, ich hatte Angst. Die wissen, wie verrückte Kinder heutzutage sind. Was für ein Arschloch. How can I feel bad for him? Familie erinnert sich an, äh, sanften Polizisten, der in der Schießerei in Zilettl, äh, starb. Ähm, Schwester von Wachmeister... Mattes, Mattes, der in geheimnisvollen und konnenvorfallenden Stab, blablabla. Mein Bruder war ein liebevoller Mensch, der uns sechs Monate lang, der sechs Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte alleine sein sollen. Mein Herz ist bei der Dienstfamilie und alle Opfer dieser vorsparen Unfalls, auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter alleine auf Portfolio gehen muss, wenn ein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Ja. Ja. Im Ernst, er war sechs Monate. Die hätten so einen jungen Polizisten noch nicht alleine lassen dürfen. Ähm. Ja, das haben wir geklaut. So. Ich guck mal, ob wir bei dem Hund noch was machen können noch mal. Ich guck mal, ob wir bei dem Hund noch was machen können noch mal. Äh. So, dann machen wir jetzt Feuer. Ja. Ja. Ansehen, wählen. Was nehmen wir denn? Wir haben ja so ne große Auswahl. Wir haben keine Pizza. Äh, was jetzt? Was? Ah, was kommen wir denn da? Ähm, wir müssen einen sauberen Topf finden. Der ist auf jeden Fall nicht sauber. Den hier. Oh nein, ein Hund. Der Hund hat auch Hunger. So, wir müssen dann wahrscheinlich warten bis das Essen fertig ist. Und jetzt? Okay. Hm. Untersuchen. Ein Spielzeug. Ganz viel Spielzeug. Da ist auch noch ne Puppe. Schon cool, ne? So, ist das Essen jetzt fertig? Wie lange kann das nicht dauern, diese Dinger da fertig zu machen? Hm, Dosenfraß. Uhh, du als wäre er Schrageti wäre es nix. Ha, was Spaghetti alatias! Heh, didn't you taste the famous truffle sauce? Yep, plus I love the garlic bread and ice cream. Um, yum. Oh, you want some too, huh, Mushroom? Bon appetit, Mushroom. Man, she loves this stuff. Okay, I'm also excited. What are we doing? I'm going to show him the map. I think I left it with my books. Ähm. Was für ne, was für Buchs? Buch? Nicht hier, okay. Okay. Oh, this map. It's in my cab. Sorry, Sean. Im Zelt. Okay. Hast du aber eben nicht gesehen? Da ist der DVD-Player. Da ist keine Map. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom, come here, girl. Ah, Darcy card. What a great team. Ah. Time to play dad, dog. Sean. There's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Sean. Motherf... Daniel? I just thought, what is that? I just thought, oh god. What now? What's wrong with someone? Why does that look so funny? I just... Okay. I think... It's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... They'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? They're family, no other option. They're family. They're family, right? Plus they always, for what Karen... For what mom did. Um... You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man... They're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But... Mushroom has to agree, too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner, the better. We have a long road ahead. Hmm. We should do something fun for our last night here. How about a team with dice? If I win, I get to draw on your backpack. You know, I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Pussy. Party time. Okay. One more time. Ready to lose? Captain. Watch your butt, matey. Oh god. Wurfen. Here we go. Just need a six, a five, and a four. Sheesh. I need a ship. Give me a six. Yes. Full ship. Ah, okay. Got a ship now. Ahoy, Captain. Crew. Und Beute. Nochmal Beute. Und nochmal. Yes. And he scores. Alright. Your turn. Yes. Full ship. Yeah, yeah. Good job. I need the score now. Pretty please. I need the score now. I need the score now. Watch out, Sean. I'm so scared. Not bad. Das Zufall ist, oder ob das wirklich immer anders ist. Also, ob das jetzt immer gleich ist, wenn man das macht, oder nicht. Hä? Boah, das gefurscht. Ich muss wirklich nochmal würfeln, weil der geschummelt hat. Ähm, ja. Ähm, ja. T's, ja. You mean, we be dead? Yeah. You did help me distract them. Ha, ha. I bet he would have liked this game. Definitely. He was a great pirate. All right. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. What? Come on. Sitz, please. Sitz. Yes. Ship, Captain, and crew. Do you think Grandma and Grandpa will have a console? Uh, I don't think so, dude. Sorry. No biggie. I like playing dice and stuff, too. Whoa. Daniel the big nerd. Getting sick of screens. Ooh, look at these scores. Told you I win. You know what it means? Yeah. Okay. You can draw a dick on my back. Um, let me think. What do you mean? A penis? A wolf? I mean a wolf. Hold on. It's not an easy one. It needs concentration. Tada! Uh, yeah. No. Oh. 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 okay okay I'll take her out for a walk you're going to smoke smells like you're right don't smoke but it's our last night so we can do anything all right all right I heard you the first time dude I don't want to see so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik Ach ja, ich bin gespannt wirklich, wie das weitergeht Musik 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 Oh Hühnchen Ja, ich mach ein Au, dann kannst du raus So So Wir scheinen alles soweit zusammengepackt zu haben schon Aber ich glaub wir gucken in der nächsten Folge, was Daniel für ein Problem hat Und ich danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt Und lasst gerne ein Like da Und bis zum nächsten Mal Musik